Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten, ich meine dritten, ja dritten Plastus Homies Let's Play. Ich bin der Lopo von iPod Gaming IP. Oh, da fangen wir doch gleich direkt mal an, oder? Ich weiß nicht. Und hier, übrigens am Anfang dieses Bild auf der Thumbnail, weil wir noch nicht die Monetarisierung haben, das kommt alles noch, wenn wir uns eine Community aufgebaut haben und alles Mögliche. Und ja, dann sage ich erstmal, bis gleich und jetzt erstmal Abenteuer. Jetzt haben wir diese tollen Heimatzongies. Und die Pylonszongies. Und wir haben diese neue Pflanze, den Schnapper. Und wir haben so viel, nur Eis. Und wir haben Eis. Direkt mal so versuchen. Ich denke, ihr wollt mal den Schnapper sehen. Ja, für euch. Pflanze. 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 so unser erster netter Tomy der gleich in unsere tollen Potato Miener reinläuft denn er guckt schon so ich glaub so sieht Diego aus oder ne sieht sogar noch ein bisschen netter aus Prozent das war die gleiche Langer ein bisschen da zu dreien und jetzt bekommst du hier unsere ersten Erbsenkanonen ins Gesicht und wir setzen nur für einen schnappern ich setze bei dem nächsten ähm weil der schnapper einfach geil ist wir haben wieder nur eine eine verdammte langweilig wir sind ja schon gleich fertig ja so einfach hier dabei kann ich ja noch mehr machen also wir sind gar nicht ein weil ich die ich finde ich kann es sich schieben da immer mehr Nein, die Sonne ist befunden. Oh, 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 mein Schnapper muss ein. Und, 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 und. Oh, der Arm ist doch nicht hin. So, und, und, und. So, und, 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 und. So, das frisst mich mal dein tolles Gemüt fertig. Was? ich mag die in die Kenner um Schnapper sind war die Schlachter kann den nächsten aufnehmen Kölner und Schnapper machen Schnapper eine riesige Welle von Zombie nähert sich Oh mein Gott Oh scheiße mein Gott letzte Welle sexy wir pressen den nächsten auf ja komm schon der Eimer Zombie jawoll geil gemacht Boah der hat seinen eigenen Eimer zu mir aufgefressen Mann war das ein gutes Timing Duplikator ein Duplikator heißt der glaube ich ja duplikator die zwei Erbs auf einmal Multitasking die so so auch so 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 Oder irgendwo anders, auch für eine andere Länge. Oi, das war mal ein bisschen knapp. Ich hätte den noch einen gekauft, der ist jetzt da. Aber, Mann, liebe Darn. Da haben wir schon wieder unsere erste Länge. Jetzt kommen hier wieder zwei große Zombiewellen. Wir müssen uns auch draufgefasst machen, denn wir haben alle so Schiss. Seid ihr auch den Nächsten? Zwinker, Zwinker. Ich kann euch eine Sache verraten. Meine Liebnis... Meine Liebnispflanze ist der Feuerbaum. Mehr seid ich euch aber nicht. Müsst du. Das ist gleich wieder heiß. Feuerbaum oder so? Eh nicht. Ein Duplinator! Bäm! Bitte, ich würde mal hier ein bisschen schreien. So, Blume, komm, wir setzen sie hier zum Einsatz! Halt jeden auf mit deinen Witten! Ich bin jetzt aber ein bisschen unfair. Ich bin jetzt hier. Zweig in einem. Ich bin jetzt auf dem Duplinator. WOLF Blum, blum, blum. Blum, 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 blum. Ich glaube, ich bin mal hier viel zu tun. Diese Stimme kam nochmal vorgreifen. Der ist die Mag?.. ... den wir euch in der nächsten Folge erstellen. Hundertprozentig. Oh, Saksai! Oh, ja, sieht aber geil aus. Oh, ne, nein, 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 nein! Oh, die gehen wir ganz schön auf die Säcke. Oh, ich hab keine Zwische. Die gehen aber ganz schön, schnell, ne? das war mit eisen vor Ort wir werden Sonne Blue! Ich werde Blue! Sonnen! Gib mir noch zwei Sonnen. Noch eine Sonne, komm schon. Voll Symmetrie und so. So. Komm schon wieder nur eine. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo. Anfange. So. Das sieht erst mal mega nice aus. Wenn eine gute Zeit gibt, bitte. Boah. Oh. Kriegt doch mal eine vom Himmel. Komm schon, für noch eine habe ich die Symmetrie fertig. Komm schon. 100 Leute. Noch 3, 3, 3. Komm schon, komm schon, für die Symmetrie fertig. Ja. Noch zwei. Ein. Symmetrie ist fertig. Juchu. Boah, sieht das geil aus. Damit machen wir jedenfalls. Verlangerungen. Und viel Normale. Der sieht geil aus. Ein Oma zu mir. Ich habe keine Chance. Ein Oma zu mir. Briegelesen. Briegelesen. Wir starten mit einem großen Umgriff auf dein Haus. Das finde ich aber sehr, sehr nett, dass Sie mich auch noch darüber informieren. Und ich sage herzlich der Lopo von Art4Gaming. Bis bald. Und bis zum nächsten Let's Play. Plans für Zombies. Abonniere nicht vergessen. Tschüss.